was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zu einem mega let's play von battlefield 5 wir machen hier die kampagne fangen direkt an mit mainland 5 ruft mainland 5 alles klar und schauen wir mal dass die einführung bin sehr gespannt habe schon ein paar online-runden gespielt ganze zwei genau ja ist geil man musste ich musste ein bisschen um ändern wieder ein bisschen modifizieren aber läuft von mal gespannt was jetzt kommt für die einführung in diesen tollen game oh killduell würde ich mal sagen der erste fälle krieg endete mit einer betäubenden stelle die welt drehte sich weiter und in der stelle stelle vergaßen wir das bräuchte ich jetzt hört man es ja geil gemacht schau mal oh 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 shit oh shit he's no longer a good soldier and i was a good soldier god help me within each of us lie the seeds of an undefined greatness we are the fathers of our own future geiles teil that future must be chosen nurtured guided ho ha moiner wird ein bisschen kalt da oben wa was das ist das ist die 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 große moment der dunkelste stunde Ich habe innerlich gelesen, Gipfel der Tapferkeit, Abgrundtiefers, Hoffnung, Beständigkeit, Gräuel, Tod. Okay, Norwegen 1940. Oh, das Polarlicht. Das fehlt mir noch auf meiner Lebensreise, das Polarlicht einmal zu sehen. Das muss doch bestimmt Wahnsinn sein, oder? Hat das schon mal einer so in Reel gesehen? Schreibt das mal in die Kommentare, würde mich freuen. Arvik Dok. Ach du Scheiße, guck das mal an. Meine ganzen Zielsachen sind gar nicht da. Ach du Scheiße, guck das mal an. Oh, holy moly! Moin! Libyen! Ja klar! In dem Moment geht da doch nichts dahin! Treffer! Treffer! Weiter geht's! Wow! Wo kam der denn her? Aha! Okay! Okay! Ich seh nix! Was ist da los? Sorry, ich hab zu wenig reden, aber ich seh nix! Wo kam der denn her? Ah, Snipey Hypey! Mal schön nachladen hier! Okay! Okay! Ober auf der Brücke! Shit! Nice! Den holen wir uns auch noch hier! Oder auch nicht! Wo der voll gesessen haben müsste! Ja moin! Ach du Kacke, ich muss da jetzt nicht fliegen oder? 1943! Sagt schon mal Bye Bye Ben! Bin ich auch! Oder? Wie dünnig es eigentlich ist, ne? Ding! Oh mein Gott! Hamburg! Was? Wie geht's denn? Wie geht's denn? Ja, ich fasse uns vor oben und unten ist das mein Problem. Oh shit. Hä? Was denn nun? Mitweihers im Anflug. Ausbrechen und angreifen. Na wen denn? Gate 12, Kieger auf 6 Uhr. Promotion, Rangstuhl. Gate 12, Ärger auf 6 Uhr. Ja, hier zur Wahl Ärger. Bei den Wolken siehst du doch gar nichts mehr. Okay, ab nach oben. Hä? Alter, was geht denn hier ab? Man sieht kaum Gegner. In den Wolken sind alles verschwunden. Und nun? Okay, let's go. Ich seh nix. Wieder. Wieder mal. Oh mein Gott. Überall sind sie hier. Oh. 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 Seh nix. Oh. 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 Also die Story ist ja jetzt schon mal richtig geil. Oder Leute? Und tschüss. Entschuldigung, aber ihr wisst ja, das geht schon seit einer Woche so. Ist besser geworden, nur manchmal kratzt das Hälzchen. Oh shit. Richtig krass. Oh shit. Oh mein Gott. Geiles Teil auf jeden Fall. Oh, voll übersteuert, ne? Oh, was geht? Oh, was geht? 5 ist da ok macht nun aber jetzt mit dem intro sozusagen mit der einführung prolog sind wir jetzt durch oder wie schaut was ich denke schon ja dann beende ich auch diesen part ich hoffe es hat euch gefallen schreiben wir mal ob ihr davon mehr sehen möchtet wer ganz leicht also spiel die story auf jeden fall let's play sie dann auch denke ich mal aber würde mich interessieren ob euch das interessiert dann bis zur nächsten folge haut rein und und und